Guten Abend liebe Leute, es ist Zeit für die Ergebnisse und zwar gehen wir rein in Woche Nummer 8, 19. bis 25. Februar und wir sind dabei mit den ersten Replay-Liga-Ergebnissen und zwar Liga 13. Wir haben Bain Riders mit einem 2-1 gegen Terence Gill, Turt Sandwich gewinnt 2-1 gegen Sanju und Anni gewinnt 2-0 gegen Amarok. Die Tabelle nach dem ersten Spieltag dementsprechend relativ einfach selbst zu berechnen, deswegen gehen wir direkt weiter zu Liga Nummer 12. Da haben wir Oskar mit einem 2-0 gegen TGS, Acid Burn 2-1 gegen Joel und dann haben wir Blechfaust mit einem 2-0 gegen Spirit und auch hier entsprechend die Tabelle relativ easy. Da gehen wir an den folgenden Spieltag ein bisschen mehr drauf ein, aber eine weitere Liga haben wir noch und zwar die Liga 8 mit einem 2-0 von Andi gegen Tobi, mit einem 2-1 von Lelis gegen Hanson, der dann nicht ganz richtig erkannt wird von der Seite, merke ich gerade, das muss ich vielleicht nochmal angucken. Und dann haben wir noch Lutrax mit einem 2-1 gegen Lucky Luke, auch hier ist die Tabelle entsprechend nach dem ersten Spieltag, wie man es sich erwartet. Okay, gehen wir rein, ESL Open Cup Korea, da haben wir nämlich den Mechanics mit dabei, der hier gegen Classic dann direkt rausfliegt in der Runner 16. Dann haben wir den EU Cup, da haben wir mit dabei, Kung Fu Bandai im Halbfinale gegen Rainer raus und Lambo im Halbfinale gegen Clem raus. Und dann geht es noch weiter mit Herold in der Round of 32, genauso wie Holy Hit und Spatz war auch genau da und da leider alle raus. Amerikas Version, da haben wir dabei den guten einen Terxel, Round of 32 gegen Suu leider verloren und damit raus. Dann gucken wir noch in den OSC King of the Hill 161 mit Foyumi, der da rein startet, aber leider direkt gegen Skillis unterliegt. Und dann haben wir noch den, ja, Community, nee, Comjumity, wie hieß das denn, Comjumity League Cup, glaube ich heißt es. Irgendwie sowas in die Richtung, da haben wir auch ein paar Leute dabei gehabt, leider alle auch nur bis in die Round of 32 gekommen. Nämlich No Mercy, der da unterliegen ist gegen Shameless, vorher hat er gegen Locklock gewonnen. Wir haben Blutmilan, der leider gegen Art verliert, vorher gegen Defi gewonnen. Dann haben wir noch Mechanics, der gegen Ibar rausfliegt und vorher gegen Dinae gewonnen hat. Und Sharkba gegen Nikic raus und vorher gegen Pi gewonnen. Und ich glaube, dann habe ich alle, die da für uns interessant sind und dann sind wir auch durch für die Woche. Dementsprechend, ja, wie immer, ich hoffe, es war alles dabei. Wikipedia, äh, Quatsch, Wikipedia, Team Liquid, die Seite war diese Woche ein bisschen wenig los, wenig StarCraft. Aber wenn ihr mehr gespielt habt, gerne in der Gymnischen Channel posten, dann nehme ich es nächstes Mal mit rein. Oder wenn ihr in der nächsten Woche spielt und so weiter und so weiter. Aber jetzt war es das für den Moment. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Kommt gut in die nächste Woche. Lasst uns nicht ärgern. Hau rein.